Servus, Leute! Willkommen zu einem Eigentlich-Let's-Show, aber ich habe mir gedacht, ich werde meinen Toho-Ordner, ich glaube, den werde ich jetzt mal etwas befüllen und eine Vielzahl von Toho-Let's-Shows auf meinem Kanal zeigen, einfach weil es sowas bisher zuvor noch nicht gab auf YouTube, zumindest habe ich es noch nicht entdeckt, dass auf einem Kanal wirklich viele Toho-Spiele zu sehen sind und deswegen werde ich, also zumindest nicht auf Deutsch, und deswegen werde ich das jetzt mal machen. Jedes Toho-Spiel, das ich auch zum Laufen bekomme, wird auch gezeigt und hier ist schon mal das erste Ali Patchi in Wonderland, also Ali wie Alice und Patchi wie Patchouli. Alice und Patchouli in Wonderland, oder so. Ja, ich kann nicht versprechen, dass jedes Spiel Englisch ist, die meisten werden wahrscheinlich Japanisch sein, aber egal, sind nur Let's-Shows und ich will die Spiele zeigen, also von und ich weiß mein PC, aber, boah, der geht mir so auf und sagt, dieses Drrrrm, Drrrrm. Keine Ahnung, was er hat, ich glaube, ich muss ihn mal putzen oder auspassen, auch so. Ja, und da links ist Koakuma, die arbeitet in der Bücherei von Patchouli, wenn ich mich nicht irre. Best Time, okay, zeig her. Was hast du so zu bieten? Das war Start. Start ist auf A, wow, springen ist auf X. Okay, so wechsle ich. Okay, komm mit Patchouli. So, da rechts ändert sich wieder das Bild, aber das ist arschlos langsam. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich das gerade aufnehme, oder wie. Moment, Patchouli hat den Schlüssel, oder? Ja. Komm mit Alice. Ah, und da rechts wieder die schönen Bilder. Ach wie schön. Hallo. Okay, Patchouli kann höher springen. Ah. Na, hau ab. Tch, okay, ich glaube, ich weiß schon, wie es funktioniert. Moment, Patchouli kann höher springen, aber Alice ist stärker. Das Gesicht von Patchouli gerade. Uuuh. Da steht mir jemand auf dem Kopf. Ähm, ja, irgendwie doof, wenn ich nur mit einer Person weiter vorankomme. Die Tipps helfen mir auch nicht so viel. Weil Patchouli hat kein Problem, so hoch zu springen. Aber Alice, schauen. Anlauf, ne, LR, geht nix. Hm. Spring doch. Nein. Nein. Ah. Ich mein, Patchouli könnte so hoch springen, aber sie kann Alice nicht tragen und ich kann mich springen und mich nicht bewegen. Ach so, oh, ich bin zu blöd, ich bin zu blöd. Genau. D, d, d. Ich habe keine Ahnung, wie lange so ein Let's Show immer dauern wird. Ich zeige einfach mal ein bisschen was. Was ist das da? Sieht wie eine Falle aus. Ich traue der ganzen Sache nicht. Hä? Ach so, das ist eine Bombe. Oh gut, 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 gut. Du. Moment. Ah, ich glaube ich weiß, weil Alice stärker ist. Ah, kann sie Kisten schieben. Ah, so ist das, so ist das. Auch wieder so ein Rätselspiel wie Marissa und Alice Drop Tower. Okay, Patchouli ist schwach, aber Alice ist stark. Genau. Ach, das macht jetzt schon Spaß. Ja, die Tipps helfen mir gar nix. Ich frag mich, was das Buch da macht. Ach so. Moment. Oh, verdammt. Ich glaube ich habe es gerade versaut. Moment mal. Oh, mal ab, Patchy. Ich brauche den goldenen Schlüssel, um die Stage zu schaffen. Ähm, hoffentlich steht Patchy jetzt nicht im Weg. Natürlich steht es im Weg, verschwinde. Da, Reiter fällt es. Ja gut, ja dann ist sie zu schwach. Es hält es zu stark, ist Patchy zu schwach. So in der Art. Ähm, ja. Geht das jetzt so? Nein. So, jetzt sollte es gehen. Genau. Geil. Und Auffang. Yeah. Super. Geiles Teamwork von euch. Stage Clear. Oh, jetzt ist Alice zu sehen. Geil. Ich weiß übrigens nicht, ob ich für die ganzen Toho Videos extra Let's Shows, äh, nicht Let's Shows, extra Funnames machen werde, weil einige dürfen wohl ziemlich schwer zu beschaffen sein. Nehme ich, nehm ich zumindest dann. So, Stage Chance is clear. Aber ich glaube, wenn ich nicht aufnehme, geht es schneller. Also, Leuchterspiel schneller. Ach ne, Patchy kommt doch nie so weit. Ne, Alice kommt nie so weit. Ich hab ne Idee. So. Benutze Patchy. Wow. Du zack. Jetzt ist Patchyule allein oder wie? Ey, du bist doch so. Neun. Nose. Okay, Patchyule kann hoch springen, Alice kann nicht hoch springen. Ich glaube, ich weiß schon, wie es gedacht ist. So. So. Moment. So. So. Moment. So. 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 So, tauscht mal Plätze, ihr beiden. Hmm, yeah. Und Patchouli hinterher? Das war knapp. Ja, Text, der mir nichts sagen kann. So, Alice missbraucht mal kurz Patchouli. So, Patch hinterher. Das Bild von Patchouli da rechts gefällt mir. Und das von Alice ist auch geil. So, links geht's lang und rechts geht's lang. So, eine Alice-Puppe, okay. Lass mal Alice rein. RAN! Moment, die kann da doch nicht hoch, oder? Ne, natürlich nicht. Moment, haben wir gleich. So, Patchouli kommt dran, aber Patchouli kann mit der Puppe nichts anfangen. Die ist für Alice. Alice ist ja Puppenspielerin. So, Patchouli gleich hinterher. Achso. Ich hätte stehen bleiben sollen. Ah. So ist das gedacht. Ein schönes Spiel. Genau so wie Marissa und Alice Truck Tower. Und jetzt ist es mir ein bisschen zu langsam, leider. Attacke Puppe. Nein. Ach du dumme Puppe. Ach verdammt. Ich werde eventuell mehrere Spiele von Toho jetzt aufnehmen. Dann wird man zwar in allem meinen PC hören, aber... Na ja, was soll's. So. Jetzt hinterher Patchy. Du bist arschlos langsam, weißt du das Patchouli. Nein, du sollst nicht Alice besteigen. So und Alice hinterher. Oh, da ist immer die ganze Zeit dieselbe Musik läuft. Das irgendwie... Nee. Oh, was sehe ich denn da? Da ist ein Schlüssel. Hm. Ein Schlüssel. Der Schlüssel zu meinem Sieg. Okay, da oben geht's lang. Kann ich da hoch? Nee. Oh, ich glaube ich weiß schon wie. So. Ich missbrauche einfach. Yeah. Was ist denn da links? Da bin ich jetzt schon neugierig. Oder auch nicht. Ich geh. Das haut mal ab, ihr zwei. Ihr Mädels. Weil ich immer in die zweite Stage geschafft. Ich bin total stolz auf mich. Nee, eigentlich gar nicht. Das ist nicht sonderlich schwer. Aber trotzdem schön... Oh, schönes Spiel. Macht Spaß. Komme ich da jetzt durch? Ach nee. Nee. Ich depp ich. Oh. Ah. Stimmt. Moment. Alice kann nicht so hoch springen. Das heißt Patchouli wird sich den Schlüssel holen. Oder Moment. Alice hat die Puppe. Ich glaube die werde ich noch brauchen. Nee. Ah. Leck mir. Leck mich doppelt. Na geil. Wie wird jetzt Alice da herankommen? Puppe, spreng mal. Nicht Patchouli weg sprengen. Ähm. Das ist bescheuert. Jetzt habe ich ein Problem. Ja geil. Verdammt. Ja. Alice muss auch sterben. Total doof. Ich hätte es schaffen können. Oh man. So. Boah. Wenn das Spiel nicht so langsam wäre. Das wäre ziemlich geil. Ach. Von hier. Okay. Ich weiß jetzt schon was ich tun muss. Patchouli stelle ich hier hin. Alice. Rauf auf Patchy. Nein. 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 Bleib schön stehen. So. Zack. 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 wenn ich nicht so blöd wäre. Macht aber Spaß, dann kann man da wieder zurück. Ja, da unten. Ja, so öffne ich das Startmenü, aber... Achso, Restart. Achso, so kann ich mir die Stage angucken. Okay, das ist auch praktisch. Ja, da oben wäre das Ziel gewesen. Hier wird die Steuerung erklärt und die Items, das ist auch gut, aber weil es Japanisch ist, verstehe ich kein Wort. Das zurück zum Hauptmenü, oder? Fast. Da ist das Hauptmenü. Ich möchte Alice sehen, wenn es geht. Ich sagte, ich möchte Alice sehen, wenn es geht. Auf dem Room. Gut, dann gehe ich eben in eine Stage rein. Ich zähle die Schnauze, es nervt volle Kanne. So. Das war's, oder? Leck mich Patchouli. Option. Das ist Tastüberlegung. Naja, dann würde ich sagen, das war das erste Video meiner neuen Reihe oder meines neuen Specials. Keine Ahnung. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es hochladen werde, ob ich da jede Woche ein Toho-Video raushaue oder wie auch immer. Das weiß ich noch nicht genau. Ich werde jetzt auf jeden Fall mehrere Toho-Videos auf einmal aufnehmen, damit ihr auch was sehen könnt. Würde ich sagen, das war, ähm... Ellie Patchy hieß es, glaube ich. Also, Alice Patchouli. Ellie Patchy in Wonderland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfittech!